Hallöle, mal wieder ein früchtiges Willkommen zurück zu Stardew Valley. Ja, wir haben mittlerweile wieder fast 1000 Gold erreicht. Und ja, morgen ist es wieder klar und sonnig. Das heißt, es wird erstmal nichts mit einer neuen Minitour. Die haben wir ja letzte Folge gemacht. Und hallo Hero Vita Bomb, ich habe einen Artikel über dich in der Zeitung gesehen. Sieht so aus, als wäre das ländliche Leben ganz gut für dich. Ich bin so stolz auf dich. Pass auf dich auf, mein Schatz. Alles liebe Mama. Ach, wie cool. Ja, wir wurden ja schon vorgewarnt, dass in so einer Zeitung über uns berichtet wird. Und das scheint ganz gut gewesen zu sein. Vielleicht hat das auch irgendwelche Auswirkungen, ich weiß es nicht. So, erstmal ein bisschen Platz machen hier. Die Geoden können wir heute mal aufknacken gehen. Den Schleim packen wir rein. Für den Clay haben wir gar keinen Platz mehr hier. Wir brauchen unbedingt mehr Kisten. Das gehört hier gar nicht rein. Das auch nicht. Die Radies hier eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, die andere Kiste ist auch schon voll. Das können wir auch mal abgeben. Dann kommt das da rein. Das, das, das. Das. Das hat alles keinen Platz. So, wir haben... Oh. Ich sehe gerade. Wir können ernten. Holla, die Waldfee. Okay, nein, die will ich nicht essen. Lol, wir können das halbe Feld ernten. Wie geil ist das denn? Was haben wir denn gekauft? Wodurch konnten wir denn so viel anpflanzen? Ähm. Ich glaube, wir hatten, genau, wir hatten, glaube ich, durch irgendeine Aufgabe, hatten wir was bekommen. Und die Peperoni kann man schon wieder ernten. Das ist ja mega. Egal, die Peperoni sind genial. Die kann man irgendwie alle zwei, drei Tage ernten. Hach, wie cool. Lol, das gibt aber erstmal Kohle. Ja. Davon finden wir wahrscheinlich noch genug. Ich verkaufe das jetzt alles. Wir brauchen unbedingt Geld. Ähm. Das kann noch verkauft werden. Ähm, ich weiß nicht, ob wir Sternchen-Peperoni brauchen. Wir bewahren die lieber mal auf. Wer weiß, was wir da noch brauchen. Wir können aber trotzdem mal die normalen Peperoni verkaufen. Dann gibt es ein bisschen Kohle. Und jetzt, ähm, haben wir leider keinen Platz, um die hier reinzupacken. Das ist doch, äh, wir verkaufen die Wicken und die Weintraube. Davon finden wir garantiert noch genug im Sommer. Wir sind ja erst am neunten Tag. So. Da gibt es wenigstens Kohle heute. Richtig viel Kohle. So, wir müssen mal gucken. Ich glaube... Da, unsere Mieze ist ja gut gelaunt. Die habe ich aber gestern vergessen anzuklicken. Fällt mir gerade so auf. Und ich glaube, leider haben wir ein Problem. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ja, leider sind unsere Hühner nicht gut gelaunt. Wir haben sie gestern leider nicht gefüttert. Wir hatten aber auch nicht die Möglichkeit. Es hat geregnet. Ich wollte sie eigentlich ungerne im Regen rauslassen. Oh, eine Gewürzbeere. Leider keine Orange. Da rennt das Huhn ruhig. So. Das hier sind ja die ganzen Melonen. Und, ähm, ja. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt mal noch ein paar Melonen anpflanzen. Und auf jeden Fall Mais. Mais ist ganz wichtig. Denn Mais wächst ja in den Herbst rein. Das bedeutet, wir könnten es rein theoretisch im Sommer schon ernten. Und dann auch im Herbst. Und wir haben leider erst vier Mais oder so. Das lohnt sich dann mega. Das kann man ewig lange benutzen. Ich denke mal, Mais wird nicht ganz so viel bringen. Aber es lohnt sich dann auf jeden Fall. Ach, stimmt. Sie baut ja da unten das Silo. Damit wir dann auch endlich Tierfutter haben. So. Okay. Das scheint wahrscheinlich morgen schon fertig zu sein. Sieht zumindest danach aus. Und wir haben kein Wasser. So. Ähm, ja. Ich werde mal schauen. Wir können ja anscheinend vier Hühner haben. In unserem Hühnerstall. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nochmal, ja, Hühner kaufen. Beziehungsweise wir können Kleintiere drin haben. Ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Außer Hühner. Wahrscheinlich noch andere Tiere. Gänse. Enten. Weiß ich nicht. Truthahne. So. Begossen. Haben wir endlich. Ähm. Haben wir noch irgendwas, was wir abgeben können? Ne, ne? Die Julienkarotte können wir auch mal hier lassen. Das, das, das. Können wir alles mitnehmen. Äh. Wir können mal eine Paparoni mitnehmen. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Aber sonst haben wir nicht wirklich was. Und die Gewürzbeere verkaufen wir natürlich nochmal. Und, ja, ich habe ja gesagt, wir finden davon wahrscheinlich noch mehr als genug. So. Ist das schon wieder 11 Uhr? Wieso ist das schon wieder 11 Uhr? Okay. Gut. Dann gehen wir mal kurz ein bisschen ihm das nicht schenken aus Versehen. Wir kaufen auf jeden Fall nochmal Mais. Das kostet aber 150 pro. Das ist schon heftig. Ähm. Wir kaufen trotzdem mal 6 Stück. Haben wir noch irgendwas? Ah. Blaubeeren und so haben wir ja schon. Radieschen wächst in 6 Tagen. Wir müssen auch unbedingt mal Mohnen und so kaufen. Das haben wir alles noch gar nicht. Ähm. Gute Frage, was wir jetzt noch kaufen? Sonnenblumen haben wir glaube ich ja schon, ne? Hopfen. Wir kaufen nochmal 2 Radieschen Saat. So. Jetzt sind wir schon wieder pleite. Wir rennen hier aktuell immer mit gar keinem Geld rum. Also 18 haben wir noch, aber das ist ja nichts. Kann man sich nicht mal ein Eis verkaufen. Vor allem Eis für 250 ist schon recht teuer. Ähm. Ähm. So. Erstmal zum Schmiedelein. Gut. So. Gioden aufbrechen. Bitte irgendwas Anständiges. Wir haben kein Geld mehr, um die Gioden aufzumachen. Äh. Du kaufst uns nicht zufällig. Nein. Er kauft uns nicht zufällig irgendwas ab. Gut. Dann nochmal zurück zum Laden. Weil der Joja-Markt kauft ja glaube ich nichts an. Der verkauft nur. Aber unser Freund hier, der kauft ja auf jeden Fall was an. Ich hoffe, der kauft auch die Beeren und so. Ja. 80 Gold. Und eine Gewürzbeere 80 Gold. Ach, wir haben noch die Edelbicke 62 Gold. Ist das denn der normale Preis? Ähm. 80. Und die Gewürzbeere 80. Ja. Und 50. Und da dann 20% drauf oder so. Gut. Dann passt das schon mal. Können wir jetzt die Joden noch eben aufknacken. Knack die Joden. Aber hier haben wir noch zu viel Energie über. Ähm. Cool. Das ist neu. Das haben wir noch nicht. Äh. War nicht so... Der Burner. So. Wir gucken mal kurz. Brauchen wir... Da haben wir das. Äh. Da wackelt nichts. Da wackelt nichts. Da wackelt nichts. Aber es wackelt auch nicht alles. Wir haben doch hier irgendwo... Die Krabbe. Und da wackelt nichts. Hm. Schade. Ähm. Ach. 10 mal Heu und 10 mal Weizen brauchen wir. Das haben wir doch. Drei Äpfel. Ähm. Das ist was anderes. Das ist auch was anderes. Äh. Da brauchen wir diese komische Träne. Ähm. Brauchten wir... Da brauchen wir ein Ei. Ein großes Ei. Ein Entenei. Okay. Ach. Es gibt große und kleine Eier. Aber ich glaube wir brauchen das nicht. Das geben wir jetzt einfach mal hier dem... Museumstypen. Ach. Wir haben die Schriftrolle wirklich noch nicht. Schade. Leider. Immer noch keine neue Belohnung. Schade. Ich habe gehofft, dass wir langsam mal wieder eine Belohnung bekommen. Aber... Ich brauche auch nicht noch einen Deko-Gegenstand für unser Haus. Was eh schon viel zu klein ist. Aber neues Haus können wir uns einfach absolut nicht leisten. Was? Wie geht? Du bist total dreckig? Und endlich wieder eine Regenbogenmuschel. 300 Gold. Heute machen wir echt mega viel Gold. Heute ist echt so ein Tag. Okay. Das wird... Ein Seegel. Und drei Korallen. Alter. Das wird heute mindestens 2000 Gold. Ich sage jetzt mal, mindestens 2000. Ein Buch. Auch gut. Aber nicht unbedingt. Ich hätte jetzt lieber ein Artefakt gehabt. Aber egal. Okay. Das wird echt viel Geld, was wir heute machen. Okay. 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 Die Muschel hat sogar noch ein Sternchen. Das heißt, die bringt irgendwie 350 Gold oder so. Okay. Das gefällt mir doch. Ja. Aber wir haben ja vorhin schon ungefähr 20 von den anderen Sachen verkauft. Die bringen ja teilweise 80 Gold so schon. Und da haben wir ja schon mehr als genug verkauft. Wir machen hier nochmal kurz. Das ist aber immer noch frei. Das ist ganz komisch. Das wächst gar nicht wieder zu. Was wollte ich jetzt hier überhaupt abgeben? Ach genau. Die Krabbe. So. Ähm. Bündel komplett. Was kriegen wir dafür? Drei Krabbenreusen. Ach wie cool. Da kann man irgendwelche Köder reinpacken. Und wir schalten den Tresorraum frei. Cool. Ich glaube, das müsste jetzt das letzte sein. Ähm. 2500 Gold. 25.000 Gold. 5000 Gold. Und 10.000 Gold. Äh. Und Belohnung gibt es die Busreparatur. 25.000, 10.000, 2000, äh. Ein bisschen mehr als 40.000 Gold. Das ist machbar. Ist aber trotzdem recht viel. Ähm. Sammeln. Sammeln. Exoten sammeln. Was? Ach, das ist sammeln. Ich bin in der falschen Kammer. Hier oben muss ich rein. So. Ähm. Die anderen Teile sollten wir die Tage auch hoffentlich dann fertig bekommen. Dann wackelt dieses Buch wenigstens nicht mehr. Ja. Wie cool. So. Jetzt gehe ich nochmal kurz hier oben rum. Vielleicht finden wir ja unterwegs was schönes. Und dann können wir mal wieder die restlichen Sachen noch anpflanzen. Leider nix. Schade. Ich dachte vielleicht liegt ja noch eine Beere oder so. Hier oben ist echt nie irgendwas oder? Das Gestrüpp wächst auch nicht nach. Schade. Ich dachte. Das ist noch eine Kiste. Die habe ich gar nicht gesehen. Aber die scheint auch leer zu sein. Aber man kann leider auch nicht in den Eisenbahntunnel. Was wir da machen müssen weiß ich auch nicht. Da kriegt man irgend so ein Symbol. Ich hoffe hier kommt jetzt gleich kein Zug an. Noob. Ich mag Züge. Hier ist leider auch nie einer. Das finde ich schade. Da sollten auch mal die Leute hingehen. Ähm. Ja. Wir haben ein Silo ja gebaut. Oh da liegt sogar noch was. Noch ein Buch. Ich weiß gar nicht ob man dafür auch was kriegt. Aber irgendwie muss langsam die Bibliothek ja wieder heile sein. Dann finden wir vielleicht gar nicht mehr so viele Bücher. Unsere Hühner sind gerade draußen. So. Wir pflanzen jetzt hier drüben mal ein bisschen Mais an. Und hier unten mal Radieschen. So. Gießkanne haben wir natürlich nicht dabei. Wo ist die Gießkanne? Da. So. Einfach mal gießen. Wo sind eigentlich unsere Hühner? Die sind schon wieder drin. Ach es wird schon so spät ne? Und wir verkaufen nochmal kurz. Lol. Ich habe gerade gesehen der Seeigel hat ja auch ein Sternchen. Und die drei. Ach wie cool. Ich weiß gar nicht was man da für einen Köder in diese Krabbenreusen legen kann. Da habe ich keinen Plan. Die packen wir jetzt aber hier mal rein. So. So. Und wir nehmen mal die Angel mit. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit. Können auch mal ein bisschen angeln. Wir haben noch ein bisschen Energie über. Mal gucken was kommt. Vielleicht finden wir noch irgendeinen seltenen Fisch. Wieder so ein Springerfisch. Ja. Hier kriegen wir. Ein Kaulbarsch. Der war glaube ich nix wert. Das ist noch weniger wert. Hallo. Hallo. Mr. Fisch. Weißen sie an. Und. Da kommt ein bisschen Geld angeflogen. Ey. 15 Gold. Ja. 15 Gold. Na. Schade. Nix getroppt. Toll. Da kann ich nicht angeln. Das ist ja doof. Cool. Gleich noch ein Schatz mitgenommen. Und ein Zwergwels. Und. Ein Topaz. Nochmal 80 Gold. Ja. Heute lohnt sich das echt mega. Wir werden so viel Geld machen. Das war so ziemlich der einfachste Fisch. Den ich jemals hatte. Ähm. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Die Fische bringen glaube ich gar nicht so viel. Aber. Allein der Topaz. Wenn man da bei den Schätzen irgendwas Gutes findet. wie ein Diamanten. Das hatten wir ja auch schon mal. Oder ein Zimmerakt. Dann. Das gleich mal eben. Ein paar hundert Gold. Ja. Ja. Perfekt. Einen machen wir noch. Und dann wird es auch schon wieder ganz schön spät. Und dann müssen wir schon wieder schlafen gehen. Haia machen. Haia Bubu. Einen Fisch wollte ich gerne noch. Möchte gerne einen richtigen Fisch noch haben. Keine Dose. Kein Müll. Sondern einen schönen. Richtig schönen Fisch. Komm her. Da ist jetzt die Fische schlafen wahrscheinlich auch schon. Ja. Ich glaube die Fische schlafen echt schon. So. Komm her. Los. Ein letzter Fisch. Ach. Jetzt kommt schon wieder eine Fledermaus. Ich beiß bestimmt gleich der Fisch an. Aber ja. Ich sehe die auf dem Feld immer nicht. Ach. So. Ähm. Ja. Das mit dem Fisch. Wird nichts mehr. Wo haben wir die Axt. Ich verballer kurz nochmal die restliche Energie. Indem wir einfach mal hier noch diesen Baum schnell fällen. Wir müssen glaube ich aber noch schnell. Ich weiß nicht ob da was passieren kann. Aber wir machen hier mal die Hühnerklappe zu. Und jetzt verkaufen wir noch mal kurz den Rest. Das ist immer noch mal ein bisschen Gold. Und das. 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 Das kann ich nicht. Kann man 3 Holz verkaufen. Aber ich glaube das wird nicht eingetragen. wo kommt denn die ganze zombie armee da oben ist noch einer voll die ganze zombie armee 0 der ist aus meiner terrasse gekommen okay seltsam wir haben leider nicht komplett die energie verballert aber es ist so spät wir gehen ins Bett level up holz ist 50 prozent mehr wert förster sammler mit bestimmter wahrscheinlichkeit ist der ertrag gesammelter gegenstände verdoppelt okay heftig sammeln stufe 5 wähle einen beruf holz ist 50 prozent mehr wert holz kostet gar nichts sammler mit bestimmter wahrscheinlichkeit der ertrag gesammelter gegenstelle verdoppelt ja auf jeden fall hof arbeitsstufe 5 tierische produkte sind 20 prozent mehr wert nutzpflanzen sind zehn prozent mehr wert das ist natürlich eine schwere frage okay das ist schwer das ist richtig schwer weil ja nutzpflanzen bringt habe sie echt viel und ich weiß nicht ob obst und so weiter auch damit zu zählt also von den bäumen die wir später pflanzen aber tierische produkte kriegen wir ja wahrscheinlich fast jeden tag und die werden auch richtig viel wert sein später und wenn wir dann später vielleicht nichts mehr anpflanzen aber trotzdem die tiere ja weiterhin haben ich weiß nicht ich weiß nicht weil ackerbau bringt das wahrscheinlich jetzt mehr und tierisch bringt das wahrscheinlich später mehr ich nehme das tiere holy 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 4200 gold heftig 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 375 allein für die regenbogenmuschel der see 200 die korallen ja 400 für die gewürzbeeren 400 für die edelwicken 500 für die sternchen gewürzbeeren oh heftig ja die weintrauben 640 ist das nice ja die fische treibholz bringt null gold will keiner haben ja halter 4200 gold wir haben endlich wieder kohle nice und ja ich habe keine ahnung was ich damit mache ich wollte auf jeden fall vielleicht noch zwei hühner kaufen dann ist der hühnerstall immerhin voll und dann mal schauen ja was wir mit dem rest des geldes machen wir brauchen noch ein neues haus wir brauchen irgendwann vielleicht auch noch mal den besseren rucksack wir brauchen noch besseres werkzeug auf jeden fall und ansonsten keine ahnung wir brauchen noch so vieles bis zum nächsten mal und immer schön fruchtig bleiben ciao